Wolfmöbel, Wörl und der 1. FC Nürnberg suchen den Shopping-Klubberer. Also, so laufe ich privat rum. Ich hoffe, dass ich dir am 11.4. Samstag ein paar Eindrücke aus meinem Kleiderschrank mitgeben kann. Für 500 Euro suche ich bei Wörl für dich das beste Outfit zusammen. Wenn du mindestens 18 Jahre alt bist, dann bewirke dich jetzt bis zum 31. März. Entweder per Facebook-App auf der offiziellen Facebook-Seite des ersten Artikeln. Oder online bei Wolfmöbel oder Wörl. Also mach mit, mit mir gewinnst du. Mit mir wirst du das beste Outfit haben. Mit mir wirst du Shopping-Klubberer. Mit mir wirst du Shopping-Klubber. Mit Chase Not